Untertitelung des ZDF, 2020 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 Was es auch sein soll und ob ihr euch, wenn ihr es hört, mal überlegen könnt, welche Elemente könnte man gut, da geht es wirklich ums Rhythmische doppeln, also da geht es nicht um was dazu zu machen, sondern einfach die Elemente, die da sind, zu verstärken oder zu ersetzen. Einfach mal reinhören. Einfach mal reinhören. Mein Prof wisst, das ist dann da. Drosa. Die Leuer Rechte. Die Leuers ist an dem Hintergrund. Vielleicht Werner. Ich mach mal den tiefsten Ton, kommst du bis zum A runter? Ne, D. Bis zum D, probier mal, ich würd mal sagen, probier mal ein D. Nee, ey, das fällt, ich muss das fällt noch kurz, warte mal. Bis zum D, probier mal. Bis zum D, probier mal. Bis zum D, probier mal. Bis zum nächsten Mal.